Da ist noch mehr, so, da ist noch eine Büchse, hier auch, da ist aber nichts mehr drin, ja, Boah, das ist doch recht ertragreich gewesen, da sind die bis hierhin geflogen, aber warte, bevor ich da runtergehe, da war ja noch hier irgendwo dieses Ding, wo man die abgeben kann, weiß ich jetzt bloß, wo das ist, jetzt sag mir nicht, hier ist noch ein Big Daddy, Alter, oh, da hinten, Da ist einer von diesen Giganten, wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Huuu, Bohrersprung, vermichte deinen Gegner mit einem verheerenden Sprungangriff. Dankeschön. Sieh einmal an, Junge, du bist ja ein richtiger Profifilmer und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahne dir einen Weg durch den Schutt. Äh, während du, äh, umgeschaltet, während du das gedrückt hättest und Bohrersprung. Hm, klingt ja gar nicht so schlecht. So, das, das, und hier von 6. Dankeschön. Gib mir das Kind! So, komm! D, D, D. D, D. D, 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 D. D, 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 D. Oh. Oh. Oh oh. Hm. Ich hab jetzt nochmal weggefallen. So. So. Burn, baby. Ich hab mir jetzt kein Geld. Alter. Nein. Meine Kamera. Also die Kamera jetzt. So. Komm her, mein kleines. Nein, 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 nein. Ach, okay. Hier, Vater. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Du hast keine Plasmide-Slots mehr frei. Angela, ja. Adam, kannst du mehr Plasmide verwirre deine Gegner, damit sie sich sicher gegenseitig zerfleischen? Oh, das klingt besser als Telekinese. Oh. 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 Wird das Feuer anklacken. Ja. Los, Rosi. Kampf, der Gigant. Das gibt's nur hier. Was? Was? Leck mich, der Bretter. Alter Vaterhell. Boah. Rosi. Aber eigentlich müsste ich mich ja bei dem bedanken. Die haben mir sogar diesen Big Daddy vorm Hals geschafft. Mehr oder weniger. Und ich hab nochmal 40 Elben dazu gekriegt. Das ist ja schon mal was. Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus. Und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden. Einen Grund, neuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta. Hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Oh ja. Wenn sie sich dadurch los ist. Meist gern. Und du musst da lang. Ich spiele die... Achso, hier hat sich der... Ne. Hä? Was ist das denn für ein scheiß Weg? Okay. Ich komm noch genau... Das fällt wieder unter die Kategorie. Der Blech Daddy ist kein Mensch. Er ist halb Hund und halb Teufel. Geschaffen von Andrew Ryan, um unsere Kinder in wandelnde Leichen zu verwandeln. Das ist euer Scheiß. Nicht meiner. Aber danke. Und jetzt hast du hier... Du hast doch keine Ahnung, was ich durchmache. Das ist mir auch relativ scheißegal, wenn ich das mal so sagen darf. In der Nackensäge. Ahahahahaha! Sack! Zack! Umschalt und... Aua! Aua! Auaa! Meine Apfel! Scheiße! Drei Kinder. Ja, drei kleine Engelchen. Alle Knochen. Ob sie ihre Mami wohl vermissen. Tobian! Und weiter geht's. Wieso hab ich jetzt auf einmal... ...hups... 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 ...es gibt keinen... ...komisch... ...warte, ich geh erstmal da hinten in diesen Garten... ...und hol mir da nochmal ein paar upgrades für Adam. Ich geh da später hin. So. Hello again. Wir haben geschlossen. Ja, das seh ich. Achso, da geht's auch wieder.